Party-Meile! Servus, grüß den Hallo! Willkommen zurück zu Fall Guys! Noch immer mit der Season 6 mit dem guten Mano in der Party-Meile. Auf der Party-Meile! Party-Meile! Wie auch immer. Party-Party-Hart! Party-Party-Hart! Nein, mich bitte bald schon Party-Soft. Bitte. Ich wollte das nicht hart. So, jetzt... müssen wir da mal ein wenig einstrickeln in diese Röhrchen da und dann können wir schon weiter. So wie? Ja. Qualifiziert 0 von 1. Okay. Ah, 41. Bin ich nicht ein süßes Geschenk zu Weihnachten? Nein. Kommt, holt und kauft mich! Kommt, holt und kauft mich! Los, kauf mich! Heute billig, mann teuer. Oh, ich hab's wieder nicht geschafft. Ja, ich bin auch gleich ein Gerät, hab mir gedacht. Scheiße, die Wanns an. Ja Gott, so ist mir die Kinder da. Ein Ball! Bitte nicht ins Gesicht. Der Rest ist mir wurscht. Au. 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 Jetzt erst auf mit dem Paintball Tracer. Hau da kurz näher. Au. 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 Oh Gott, ich verkack gerade so viel Zeit. Mhm. Ich bin schon weit, nur hier vorne, dass ich das tun kann. Ich nicht. Oh nein, ich wollte mich festhalten und das nicht schafft. Ein ins Röhrchen! Achtung! Mindu, bist du gut dabei? Ja. Lauf, ein ins Röhrchen und... Oh, los! Hoppa! Flugzeit! Oh nein, du bist voll rausgeflogen. Das ist letzte Folge. Das war super in der letzten Folge, da war ich gut. Oh Jesus. Das machen wir noch mal. Ja okay. Ich hoffe, ich bin jetzt besser. Besser? Ja. Bauarbeiter steht dort als Erster. Was? Ja, nicht du. Ach so. Nächste Bauarbeiter. Das ist schon mal 20 Prozent. Das ist schon mal gar nicht schlecht. Nein, ich bin auch geflutet. Ui, und wieder Affe. Nein, doch nicht wieder Affe. Nein, ich bin wieder euer gefühlt. Ah, ich bin wieder euer gefühlt. Ich bin doch nicht euer gefühlt. Scheiße. Ja, 30 Prozent. Ja, go, 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 go. Power Ranger. Oh Gott. Wester Spieler EU West. Wester Spieler EU West. Wester Spieler EU West. Wester Spieler EU West. Ich habe ihn verkackelt. 82. Jetzt sind wir 70 Prozent. Ja jetzt. Let's go. Oh, ich bin ich blöde. Oh. Na, der Pflauderer. 98 Prozent. Geweine jetzt. Ja, 36. Ja. Ich habe es. Leitlicht. 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 So, wo ist jetzt das Licht? Meistens in der Mitte. So, zieht's jetzt um Zack-Zack-Zack. Schau wir mal, wie's das Melch auf ... In der letzten Folge habe ich ja ein bisschen vergogkelt. Nein, lass mich auch wieder ... nein das ist doch hervorragend scheiße gerade du bist so ausgedrängt aus dem kreis unglaublich über 70 prozent 90 ja 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 ist das geil röhrenträume finde einen weg durch die röhre um die ziellinie zu erreichen weißt wenn schon dort steht finde das wird ein reines glück spät ja weil wir haben das noch nie gesehen hoffentlich hat er mehr lag wieder ohne oder beide sind schäme ich laufe im wohnen wie wir es ist ein neues viele wege führen noch rum und meine ist der schnellste Ja genau... Ich glaube noch ein wenig. Oh Gott, kijk, das ist noch wieder ein выд. Das ist auch gut. Ich weiß nicht, ob ich das so gut finde. Oh lol... Ich bin durch. Ja, nein, ich nicht. Ich pflautere gerade, das zeigte so zu ich. Okay, ich pflautere gerade. Ich pflautere weiter. Nein. Hallo? Okay, ich pflautere. Ich pflautere, pflautere. Nein. Ich bin bei gelb durch. Ich habe ein Manuel vorhin gesehen. Im Hintergrund. Ist der Manuel gerade drin? Ich pflautere mit der Paintball. Ah, ich bin bei den letzten drei dabei. Nein. Okay, man. Ich pflautere. Ich pflautere. Ich pflautere. Oh, was? Ich hätte auspringen sollen. Bin ich blöd. Ich habe auch noch gewohrt. Ich bin hinter dir gestanden. Ich habe zugeschaut. Bist du blöd. Ich hätte nur springen brauchen ich jetzt geschafft. Okay. Gut. Ja, das war's dann wieder mit der Folge von Vollgeist. Wir wissen wo. Leute von heute, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns bei der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüssikowski. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.